Brustkrebs ist der häufigste Krebs bei der Frau und heute möchte ich mit euch über 5 Anzeichen für eben diesen Brustkrebs sprechen. Viel Spaß bei der Folge. Ich habe es schon erwähnt, Brustkrebs ist die häufigste Krebsform der Frau und auch damit die häufigste Krebstodesursache. Das Lebenszeitrisiko an Brustkrebs zu erkranken liegt bei 12,4%. Das entspricht jeder achten Frau. Wie ihr also hört, ist das ein sehr relevantes Thema und die große Frage ist natürlich, Brustkrebs frühestmöglich zu erkennen, um es am bestmöglichen therapieren zu können. Deswegen gibt es hier heute 5 Anzeichen, die ihr zu Hause bemerken könntet an euch, an euren Brüsten für Brustkrebs. Bevor wir mit den Anzeichen starten, ist es wichtig zu wissen, wo Brustkrebs an der eigenen Brust am häufigsten auftritt. Das ist der obere äußere Quadrant. Da treten tatsächlich 55%, also über der Hälfte der Brustkrebsformen auf. Warum? Weil dort das meiste Brustdrüsengewebe liegt. Beim oberen inneren Quadrant beläuft sich die Prozentzahl auf ungefähr 15%, ebenso bei der Brustwarze. Weitere 10% passieren im unteren äußeren Quadrant und im unteren inneren Quadrant lediglich 5%. Und tatsächlich ist statistisch die linke Brust häufiger betroffen als die rechte. Wo ihr euch also wirklich darauf konzentrieren solltet, ist der obere äußere Quadrant eurer Brüste. In den frühen Stadien macht Brustkrebs so gut wie keine Symptome oder Beschwerden wie Schmerzen oder Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust, Nachtschweiß. Alles das, was man bei anderen Krebsformen als B-Symptomatik kennt, macht Brustkrebs eben nicht. Umso wichtiger ist die Veränderung und die Anzeichen früh zu erkennen, die der eigene Körper einem liefern kann. Und deswegen starten wir jetzt durch mit Anzeichen Nummer 1 für Brustkrebs. Ein tastbarer Knoten in der Brust. Das ist ja der Klassiker. Dabei muss man aber wissen, dass Knoten in der Brust erst ab 1-2 cm überhaupt tastbar sind. Und das ist natürlich auch wieder ganz davon abhängig, wo dieser Knoten sitzt. Wenn er direkt unter der Haut sitzt, ist er sicherlich früher tastbar. Wenn er in der Tiefe der Brust sitzt, erschwerter tastbar. Auch kommt es auf die Brustbeschaffenheit an. Dann hast du eine sehr knotige, wulstige, gewebereiche Brust, fällt das Tasten natürlich umso schwerer. Wenn du eine leichte Brust hast mit wenig Gewebe, fällt es leichter. Hier ist es zu empfehlen. Dazu gibt es ja auch bei mir ein eigenes Video zum Brustabtasten zu animieren. Einmal im Monat und das Ganze systematisch. Also wirklich nach einem festen Regime, dass man auch nichts verpasst. Die große Frage ist immer, wie fühlt sich jetzt ein Knoten in der Brust an, der nicht okay ist? Viele Frauen kennen das ja gerade vor der Periode, die kleinen Knötchen, die sich hormonabhängig entwickeln, die dann aber nach einer Woche ungefähr wieder verschwinden, fühlen sich ja auch schon ein bisschen angsteinflößend an. Und genau das ist der Punkt, in dem man sehr oft tastet und auch diese Knötchen tastet. Kurz vor der Periode bekommt man ein sehr gutes Gefühl für die normalen Trüsenknötchen, die sich hormonell eben bilden können. Durch den starken Hormonabfall in der zweiten Zyklusphase, ganz spät, eben kurz vor der Periode, wo Progesteron abfällt und Östrogen abfällt, entsteht aber eine leichte Östrogendominanz und das lässt wiederum die Brustdrüse oft anschwellen und sie fühlt sich auch knotig an. Und wenn du das oft genug gefühlt hast, weißt du, wie sich das anfühlt. Und diese hormonabhängigen Trüsenläppchen, die sich knotig anfühlen, tun auch oft weh und lassen sich auch unter der Haut relativ gut verschieben, also unter dem Finger von links nach rechts hin und her verschieben. Anders sieht es eben beim Brustkrebsknoten aus, der nicht verschieblich ist in den meisten Fällen und schmerzlos ist. Das sind also zwei große Indizien dafür, dass das ein Knoten ist, der definitiv und zeitnah abgeknirrt werden sollte, der nicht verschieblich ist und auch nicht mehr verschwindet. Du kannst also gut und gerne diesen Knoten zwei Wochen später nochmal tasten. Sollte er noch da sein und sich ähnlich von der Beschaffenheit anfühlen, dann definitiv Anruf bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen, um einmal abklären zu lassen. Nicht jeder Knoten in der Brust ist gleich Krebs. Es gibt gutartige Befunde, gutartige Tumore. Also da erstmal keine Panik, dass da direkt was Schlimmes hinter steckt, aber abgeklärt werden sollte es auf jeden Fall. Zweites Anzeichen sind neu aufgetretene Veränderungen an der Brustwarze. Hier geht es wirklich um neue Veränderungen. Solltest du schon immer Schlupfwarzen zum Beispiel haben, sind diese Einziehungen der Brustwarzen natürlich nicht unbedingt schlimm. Aber, und da sind wir schon bei einem Thema, wenn du zum Beispiel seit Pubertät Schlupfwarzen hast, also eingezogene Brustwarzen hast, ist das natürlich jetzt erstmal kein Anzeichen für Brustkrebs. Im Gegensatz dazu muss man definitiv abklären lassen, wenn eine Brustwarze sich neu aufgetreten eingezogen hat, also wirklich zu einer Schlupfwarze geworden ist innerhalb von weniger Wochen oder Monate. Ebenfalls sollte man immer abklären, wenn sich eine Brustwarze entzündet hat stärker, also auch gerötet ist, vielleicht auch schuppig ist und das eben durch andere Infektionserreger nicht erklärbar ist, sollte man hier auch unbedingt zur Gynäkologin, zum Gynäkologen und das Ganze abklären lassen. Genauso sieht es aus, wenn eine Sekretion passiert, vor allen Dingen eine blutige Sekretion aus der Brustwarze. Wenn diese auch noch einseitig auftritt, sollte man auch definitiv zum Hörer greifen und einmal die Frauenarztpraxis anrufen. Klar ist, während der Stillzeit und auch darüber hinaus hat man immer mal wieder Sekretionen und auch auf Penetration der Brust. Also wenn ich die zusammendrücke, kann es natürlich auch zum Sekretaustritt kommen. Es sollte aber eben ein Sekretaustritt sein, der nicht provoziert wurde, der dann abgeklärt werden sollte. Drittes Anzeichen, Veränderung der Brustgröße. Natürlich haben alle Frauen eine etwas unterschiedlich große Brust, entweder ist links etwas prominenter oder eben rechts. Das ist auch völlig normal. Hier ist auch wieder wichtig, wenn es neu aufgetretene Volumenzunahmen sind, dann sollte man definitiv mal näher nachschauen, wenn die innerhalb von weniger Wochen oder Monate aufgetreten sind und nicht anders zu erklären sind. Zum Beispiel, weil du stillst und das Kind jetzt ein Jahr alt ist und nur noch die rechte Brust gestillt haben möchtest. Dann ist natürlich erklärbar, dass dort mehr Milch drin ist und die entsprechend auch größer ist. Sollte es aber eben nicht erklärbar sein und eine Brustgrößenzunahme beobachtet worden sein, dann solltest du dann doch mal abklären, ob da was hinter steckt. Ähnlich verhält es sich, und das sage ich ja auch beim Brustabtasten immer, wenn man die Arme nach oben nimmt und es kommt dann eben zu unterschiedlichen Proportionen, zu unterschiedlichen Einziehungen und Asymmetrien beim Brustanheben. Hier können Einziehungen in der Brust die Ursache dafür sein und auch das sollte gut beobachtet und, wenn möglich, dann auch abgeklärt werden. Und da sind wir schon bei Anzeichen Nummer 4 und das sind die Hautveränderungen. Auch hier ist ganz wichtig, die Brust regelmäßig und gut zu beobachten, denn allein die Haut kann sich verändern aufgrund eines Brustkrebses. Der Klassiker ist sicherlich die sogenannte Orangenhaut, also eine grobporigere Haut. Die kommt dadurch zustande, dass Lymphgefäße abgedrückt werden können und eben diese Ödeme ins Gewebe laufen und dann eben zu diesem Aufquellen führen, was sich als Orangenhaut zeigt. Auch Rötungen, die du vielleicht auch als Entzündung interpretierst, können ein Zeichen sein, die für einen Brustkrebs sprechen. Es gibt ein sogenanntes inflammatorisches Mammakarzinom, was tatsächlich so aussieht wie eine große Brustdrüsenentzündung, ist auch eine starke Differenzialdiagnose. Also da muss man schauen, ist es denn eine Entzündung, ja oder nein. Aber ist das plötzlich aufgetreten und bleibt auch anhaltend da, du hast jetzt nicht die typischen Infektanzeichen wie Fieber, Abgeschlagenheit oder auch verdickte Lymphknoten, dann solltest du unbedingt auch zur Gynäkologin gehen und einmal abklären lassen, ob es nicht das inflammatorische Mammakarzinom ist. Und genau das Gleiche gilt eben für die Einziehungen, die du vielleicht so nicht kennst, gerade wenn du vorm Spiegel stehst und die Arme baumeln lässt. Wenn es da Einziehungen gibt, die vorher nicht da waren, gehören die abgeklärt. Und das Arme anheben habe ich ja auch gerade beobachtet. Deine Brüste gut, wenn du die Arme anhebst, gibt es hier irgendwelche Ziehphänomene, irgendwelche Einziehungen oder Asymmetrien. Auch hier gut drauf achten und zur Not abklären lassen. Fünftes Anzeichen sind die Schwellungen in der Achselhöhle und deswegen gehören die eben auch beim Brustabtasten dazu und nicht nur die Achselhöhle, sondern hier auch über und unter dem Schlüsselbein laufen Lymphknotenstationen. Fakt ist aber, der Brustkrebs, wenn er metastasiert, also streut, ist die erste Station, die axillären Lymphknoten, die auch primär verdickt sein können. Es kann also ein ganz kleines Brustkrebsphänomen sein, was aber schon zu massiven Lymphknotenschwellungen führen kann. Wichtig für dich, nicht jede Lymphknotenschwellung ist gleich Brustkrebs. Schmerzhafte Lymphknoten axillär sind keine Seltenheit. Gerade auch nach Impfungen oder beim Rasieren können kleinste Bakterien eindringen und dadurch natürlich auch diese Lymphknoten anschwellen lassen. Sollten die aber bestehen bleiben über zwei, drei Wochen und überhaupt nicht kleiner werden, dann solltest du auch hier nochmal deine Gynäkologin anrufen und einen Termin machen zum Brustultraschall, wo eben mit dem Ultraschall der Lymphknotenstatus sehr gut beurteilt werden kann. So, ich habe euch nur fünf Anzeichen versprochen. Ich will noch ein sechstes dazufügen in Klammern, weil eigentlich ist es selbstverständlich, aber alles schon erlebt in der Klinik. Und das sind die sogenannten exulzerierenden Mamakarzinome. Und exulzerieren bedeutet, dass die schon nach außen getreten sind. Das heißt, die Haut ist zum Teil richtig offen. Es ist ein riesen Krater entstanden. Sowas ist eben absolut abklärungsbedürftig, keine Entzündung. Und hier sollte definitiv drauf geschaut werden, weil hier ist schon ein massiver Progress von so einem Mamakarzinom vonstatten gegangen. Also alles, was so offene Wunden sind, die fleischig-wulstig aussehen, absolut abklären. Und auch der Geruch ist sehr süßlich, sauer. So ein ganz spezifischer Geruch, der da auftreten kann. Hier schon erlebt, dass Frauen das fehlinterpretiert haben als massive Entzündung und eben nicht zur Ärztin zum Arzt gegangen sind. Und das war letztendlich ein exulzerierendes Mamakarzinom. Das aber wirklich nur in Klammern. Seltenes Phänomen, dass es so weit auftritt, aber dass man es auch mal gehört hat. Ich hoffe, ich konnte jetzt mit diesen fünf bis sechs Anzeichen ein bisschen helfen und nochmal animieren dazu, euch selbst zu beobachten und selbst abzutasten. Ich weiß, das ist am Anfang nicht leicht und man denkt, man fühlt überall irgendwas. Aber Übung macht die Meisterin. Wenn ihr das oft genug gemacht habt, dann werdet ihr ein Gefühl für die eigene Brust bekommen und eben auch merken, welche Knoten neu sind, welche ihr so noch nicht kennt, welche sich auch verändern und welche, die ihr schon kennt und dann ganz gelassen sein könnt. Denn ihr wisst, nach der Periode oder in zwei Wochen sind diese Knoten wieder weg. Wenn euch das Video gefallen hat, dann unterstützt doch die Nische Gynäkologie und lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben und am liebsten noch einen Kommentar, ob ihr euch regelmäßig abtastet, ob ihr mal Knoten getastet habt und ob dabei was rausgekommen ist. Bis dahin viel Spaß beim Abtasten und tschüss. Bis dahin viel Spaß beim Abtasten und tschüss.